Uah, Freunde! Heute werde ich super stark im Bodybuilding-Simulator. Aber warte mal, ich bin hier noch voll der Lauch. Hey, ich habe hier nicht einen einzigen Muskel. Schaut mich an, Leute. Ich sehe halt voll normal aus, aber ich will die Krasseste Muskeln aufbauen. Wie der Typ da vorne? Alter, schaut doch nicht den an, Junge. Das ist einfach Markus Rühl, Junge, hier in Roblox. Warte mal. Ja, okay. Oh, Mann, du siehst ja wirklich aus wie ein Limmel. Sag mal, was machst du denn hier überhaupt? Äh, Lea, was machst du denn hier überhaupt? Warum bist du im Bodybuilding-Simulator und hast du mehr Muskeln als ich? Tja, okay. Ich würde mal sagen, hier hast du nichts zu suchen. Ich bin eben krasser als du. Hey, was soll das? Lass mich gerade aus, nur weil ich noch keine Muskeln habe. Aber warte ab, ja, im Schluss vom Video werde ich so viele Muskeln haben. Ich werde der breiteste von allen. Und dann werde ich den Typen hier vorne... Warte mal, was sind das für Typen, die wir hier besuchen können? Ja, ja, träum weiter. Hä? Da vorne. Und ich werde gegen einen Bodybuilding-Wettkampf gegen diese Typen dort hinten gewinnen, Leute. Schaut euch die mal an. Am Schluss bin ich der Stärkste von allen. Wir haben hier einmal den Dynamo 120 Stärke. Boah, der ist einfach Gold und so. Der ist richtiger Bodybuilder. Li Wang. Dann haben wir Schleifenkönig. Alter, der ist auch ein recht krasser Bodybuilder. Und die hier, die sind alle schon auf Stheorien, Leute. Dies ist nicht mehr natural, Freunde. Simon, eigentlich so ein Panda. Der ist komplett breit. Schaut euch diese Muskulatur an. Und ganz am Schluss haben wir einen Nagel. Und, äh, Junge, der Typ. Es ist der breiteste Typ, den ich jemals gesehen habe. Das sieht einfach aus wie ein Bär. Okay, du hast keine Chance. Denn wir sind viel stärker. Warte mal, noch ein Mädchen Bodybuilding-Simulator? Ihr solltet mal lieber irgendwas anderes machen. Pony reiten oder so. Aber warum seid ihr ein Bodybuilding-Simulator? Na, weil wir können ja auch nichts kontrollieren. Na, schau mal in Nelly an. Ja, du hast mich noch gar nicht gesehen. Schau dir mal meinen Giat an. Dein Giat? Was zum... Ähm... Nelly, weißt du was? Ich will da gar nicht hinschauen. Das ist ja eklig. Was soll das denn heißen? Nur weil ich mehr Muskeln habe als du? Der stinkt deswegen. Was? Hast du gerade gesagt, dass ich... Okay, jetzt geht's zu weit. Aber schau mal, du hast überhaupt keine Brustmuskeln. Ja, naja, ich selber nicht. Deswegen würde ich an meiner Stelle nicht lachen. Aber ich werde jetzt trainieren. So, es fängt an. Beine, nee, beide will ich nicht trainieren. Ich will meinen Rücken als erstes trainieren. Zack. Was können wir hier alles trainieren, Leute? Wir können hier einmal... Alter, wir können hier einmal unsere... Unsere... Wie viel Kilo wir hier haben wollen. Einmal auswählen. Wie viel sind es nochmal? Zehn Pfund? Zehn Pfund sind ungefähr vier Kilo. Alter, das geht ja easy, Leute. Guck mal. Guck mal, wir werden den Rücken weg schon. Alter, wenn das mal so schnell gehen würde in echt, Leute. In Real Life. So schnell geht das nicht in Real Life. Aber in Roblox schon. In Roblox können wir ja der breiteste... Äh... Billy Poops aller Zeiten werden. What the Billy Poops. Guck mal, wie breit wir werden. Boom, 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 boom. Schau mal, wir trainieren unseren Rücken. Und wir können unser Gewicht erhöhen. Das sind ungefähr zehn Kilo. Und... Let's go. Bam. Nicht genug Ausdauer. Geil. Jetzt muss ich erstmal warten, bis ich wieder genug Ausdauer habe. Wie kann man Ausdauer... Ah, man muss hier vorne auch seine Ausdauer trainieren. Hier gibt es halt wirklich jedes Gymgerät, Leute. Schaut euch das mal an. Wir können hier vorne... ... ... Bauchmuskulatur trainieren. Die Apps, Leute. Dann können wir hier einmal unseren Lattissimus trainieren. Mit ein paar Lattübungen. Mit dem hier. Genauso wie der das macht, wie ich das gerade gemacht habe. Dann können wir hier einfach unsere Beine trainieren. Und Lea trainiert gerade einfach ihre Beine. Mädchen trainieren gefühlt nur ihre Beine. Ähm... Lea, trainierst du gerade deine Beine, damit du einen dicken Po bekommst? Äh... Ja, natürlich. Der dicke Po ist natürlich das Beste. Oh, Mann. Ich will einen dicken Rückbekorb und breite Schultern. Deswegen würde ich sagen, können wir hier vorne unsere Arme trainieren. Okay, ich will einen dicken Bizeps auch bekommen. Und man kann hier seine Brust trainieren. Und Nelly macht einfach mehr Gewinne als ich, Alter. Warte mal, kann ich da auch jetzt drauf? Komm schon. Wie viel kriege ich hier hin? 100 Pfund. Wie viel ist das ungefähr? Wie viel sind 100 Pfund, Leute? Ich glaube, das sind ungefähr 45 Kilo. So, ich mache mal eine Platte drauf. 45 Kilo. Nochmal 45 Kilo. Ich mache hier Gas wieder. Schaffe ich das? Äh, ich kriege das nicht hoch. Ich bin zu schwach. Was? Haha, okay, du bist schwächer als ich. Ich habe keine Chance. Oh, dann muss ich mal. Warte mal, dann muss ich mal ein bisschen weniger. Kann ich das hier hochkriegen? Nein, ich kriege nicht mal 45 Kilo hoch. Was bin ich denn für ein Lauch? Kriege ich das hoch? Wie viel ist das? Ein Pfund. Leute, das ist nicht mal ein Kilo. Und das dauert so lange, bis ich das hochkriege, oder was? Alter, wie schwach bin ich? Kann ich hier auch ein bisschen was drauf? Ich kann ein Kilo draufpacken, wenn ich... Alter, wie schwach bin ich? Komm, ich muss schneller drücken. Ich muss schneller drücken. Okay, du bist so schwach. Schau mal, wie viele Platten ich hier habe. Alter, wie stark ist sie bitte sehr? Warum sind die stärker, die Mädels, als ich? Das macht nicht mehr Sinn, Leute. Eigentlich sind die Jungs immer stärker als die Mädels. Das macht doch mehr Sinn, oder nicht? Nein, diesmal sind die Mädels stärker. Alter, der Typ da vorne ist aber stärker als du, Nelly, oder? Nee, glaub nicht. Ich bin breiter als der. Schau mal meine Brust an, wie dick die jetzt geworden ist. Alter, und schau dir mich mal an. Ich mache die Sachen hier viel schneller. Kann ich jetzt ein paar Kilo draufpacken? Ja, kann ich, Leute. Warte. Zwei Kilo. Let's go. Funktioniert. Let's go. Zack, 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 zack. Ey, Freunde, wir müssen irgendwie reinschieten. Können wir im Bodybuilding-Simonial? Meine Form sieht schon mal nicht schlecht aus. Ein bisschen muss ich schon mal bekommen. Wir gehen mal hier vorne drauf, okay? Was ist das? Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Wir rennen hier mal ein bisschen, okay? Damit wir unsere Ausdauer trainieren. Weil die ist wichtig, damit wir, ja, unsere Übungen besser durchführen können. Mehr Sätze, mehr Wiederholungen machen können in den Sätzen. Wir holen mal hier die ganzen Geschenke erstmal. Zack, bisschen Stärke anfordern, bisschen Beinstärke anfordern, bisschen Energy Drink, bisschen das anfordern. Und wir kriegen sogar unser erstes Pet. Let's go. Dafür brauchen wir mehr, Leute. Dann können wir richtig krass schieten. Okay, was haben wir? Haustiere. Okay, wir rüsten das aus. Was gibt uns das überhaupt plus? Was gibt uns dieses Haustier plus, Leute? Es gibt uns mehr Stärke wahrscheinlich, wenn wir trainieren. Okay, nice. Okay, da haben wir schon mal unser erstes Haustier. Weißt du was, Lea? Wir sind einfach die Stärksten. Uri wird niemals so stark wie wir. Hashtag Team Mädchen. Was? Alle Hashtag Team Mädchen in die Kommentare. Alter, Leute. Alle Hashtag Team Jungs, Junge. Und alle letzten Liken abonnieren für die Team Jungs. Guckt euch mal meine Ausdauer an. Warum wäre meine Schultern gerade so breit? Alter, was geht jetzt ab? Okay, krass, Leute. Irgendwie geht durch die Ausdauer. Wir können das hier schneller machen. Wir können das Laufrad schneller machen. Genau wie in dem Gym. Alter, das ist halt das krasseste Gym in ganz Roblox. Oh, das ist zu schnell. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich fliege runter. Okay, ich war zu langsam, um das zu auszuhalten. Leute, wir können hier Wettkämpfe machen. Tritt im Web. Alter, Lea, am Schluss machen wir einen Wettbewerb. Ich mache mit dir einen Wettbewerb. Warte mal, warum sehe ich so krass aus, Alter? Guck mich mal an. Hä, seid ihr auch so krass? Warte, was, Uri? Warum bist du so breit? Haha, ich habe keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, Leute. Aber können wir jetzt gegen den hier vorne gewinnen? Komm, wir machen jetzt einen Wettbewerb, Leute. Und, oh, guck mal hier. Auf welchem Platz bin ich? Ich bin schon hier vorne. Drei, zwei, eins, Wettbewerb, let's go. Ich mache auch gleich einen Wettbewerb. Okay, was muss ich machen? Ich muss drücken. Und meine erste Pose. Zack. Oh, das ist ein Bodybuilding-Wettkampf. Genau so funktionieren die Leute. Und wie viele Punkte kriege ich? Punkt 2. Wollen die mich komplett hops nehmen? Hier, mein Bizeps, Digga. Wie findet ihr den? Haha, Uri, du bist voll ausgelaufen, weil alles bei dir voll schwach ist. Junge, was? Ich kriege ja gar keine Punkte. Und ich mache die Sweep-Pose. Oder hier, doppelt Bizeps von hinten, Leute. Und, oh, hier habe ich mein Bizeps-Sticket, Digga. Da habe ich viele Punkte bekommen. Aber ich bin letzter Platz, oder? Nein, der hier ist letzter Platz. Ich habe 415 Punkte. Und komm, schon nochmal einmal Punkte bekommen für meine Beine. Ah, okay, meine Beine haben jetzt nicht so viel Plus gegeben. Aber der Typ da hinten rechts gewinnt einfach mit 308. Alter, wie viele Punkte hat der? Hier, einmal den Beidringen-Bizeps hier vorzeigen. Bam. Und, was? Ey, ich bin nicht weine. Ich bin fünfter Platz geworden. Nun, der erste Typ hat einfach 500.000 Punkte bekommen. Wie hat er das gemacht? Naja, okay. Egal, dadurch haben wir jetzt... Was haben wir dadurch erhalten, Leute? Haben wir vielleicht dadurch Geld erhalten oder sowas? Dann können wir uns jetzt hier noch mehr Pets holen. Okay? Ja, wir können mit dem Geld Pets holen. Let's go, Leute. Lass uns hier vorne ein Pet holen. Ausbrüten. So, ich mache jetzt auch meinen ersten Wettkampf. Du wirst bestimmt nicht krass, Nelly, weit kommen. Hm, doch. Ich komme in die Top 3. 100 Prozent. Und ich werde als erstes den ersten Platz besiegen. Nein, ich muss als erstes den ersten Platz besiegen. Leute, wenn ich es schaffe, den ersten Platz als erstes zu besiegen, dann habe ich als Junge es bewiesen, dass ich der Stärkste bin. Okay, wir haben ein neues Pet bekommen. Und damit nehmen wir jetzt erstmal trainieren, Leute. Was ist das hier vorne? Trainer. Was können wir hier machen? Wir können für 100 Cash einen Trainer kaufen. Ausrüsten. Trainiert er mich jetzt? Broski trainiert mich jetzt einfach. Ja, okay, Broski. Gut, Digga. Ich will... Ey, ist das The Rock hier vorne? Ich will The Rock als Trainer. Der ist bestimmt richtig krass. Was können wir hier uns für Trainer kaufen? Okay, die anderen sind noch gesperrt, leider. Alter, was können wir hier für krasse Trainer kaufen? Boah, da hinten konnten wir ja so Trainer mit Robux kaufen, ne? Das ist einfach Slenderman und Batman. Aber die kosten halt viel zu viel. Das kann ich mir nicht leisten, Leute. Lass allen Likes und ein Abo, damit ich mir das leisten kann. Gym Booster verwenden. Komm, lass uns einen verwenden. Jetzt nehmen wir hier sogar so chemische Gym Booster, Leute. Energie. Okay, Energy, Leute. Und ein Proteinriegel für den Muskelwachstum. Ey, geil, Leute. Jetzt haben wir einen Proteinriegel, ne? Proteine sind wichtig. Und den Muskeln aufbauen. Und einen Energy Drink, damit wir mehr Ausdauer haben. Und damit trainieren wir jetzt erstmal unsere Beine, weil Black Day wird nicht geskippt. Und wir packen mal ein bisschen mehr Gewicht drauf. Packen wir das? Ne, sind wir zu schwach. Geht das hier vielleicht? So. Ne, auch zu schwach. Wir müssen mit eins anfangen. Egal, komm, ich packe das. Und der Trainer, komm, der hilft mir. So, weiter geht's, Uri. Weiter geht's, Uri. Du schaffst das. Hey, danke, Trainer. Let's go. Oh, Mann, Uri, du glaubst doch nicht wirklich, dass das mit dem Trainer klappen wird. Ne, das wird nicht klappen, Uri. Du musst dir überhaupt keine Hoffnung machen. Ich hab auch einen Trainer und meiner ist viel besser als deiner. Haben wir nicht beide den gleichen Trainer? Come on, come on, du schaffst das. Bros, meine Trainer tun mir nicht einfach nur motivieren, aber korrekt, Alter. Okay, so, komm, jetzt kann ich mir mehr Power raufpacken. Wie viel Kilo kann ich draufpacken? Wie viel schaffe ich? Okay, wie viel sind das jetzt insgesamt? 31 Pfund, ne, wie viel haben wir? Das sind nicht wie ein Kilo oder so, die wir hier stemmen. Wie schwach sind wir eigentlich? Komm, ein bisschen mehr, Leute, let's go. Das packe ich auch noch. Let's go. Guck mal, wie viel Plus ich bekomme hier bei Beinen. Guckt euch das an. Meine Beine sind jetzt schon bei 200. Let's go, Leute, ich brauche mehr Stärke. Ich brauche mehr Stärke. 20 Pfund drauf, schaffe ich nicht, schade. Gleich hier nochmal. Oh, komm schon, let's go. Alter, wie schnell muss ich hier die ganze Zeit drücken? Komm, wir machen mal Autozug dran. Warum mache ich nicht die ganze Zeit Autozug? Ich bin so lost, ich drücke die ganze Zeit selber. Ha, okay, erst jetzt gecheckt. Oh, Mann, alter, Leute, wenn man so schnell muskelt. Ja, ganz genau, jetzt wirst du sowieso nicht besser als wir. Ja, ihr habt doch als erstes angefangen, das ist unfair. Aber wisst ihr was? Ich habe, ich als Junge habe ja mehr Testosteron, ne? Und Testosteron lässt die Muskeln schneller wachsen. Das heißt, ich werde gewinnen. Ja, ja, du kannst ruhig weiterhoffen. Dein Testo ist so laut, du wirst nichts gewinnen. Du bist einfach voll der Noob. Äh, was, was soll ich mir damit sagen? Du bist doch voll der Noob, Mann, in Roblox spielen. Oh, Mann, Leute. Ich bin voll der Lauch noch immer, oder was sagt? Ey, ich sehe voll krass aus, Junge. Du bist der Beste, Uchi. Ey, zumindest steht mein Trainer hinter mir. Ja, muss der auch. Du hast ihn ja dafür immerhin bezahlt. Oh, stimmt. Okay, was können wir hier abholen? Hm, anfordern. Boah, 200 Armstärke. Nicht schlecht. Guck mal, jetzt haben wir dick Bizeps, Leute. Okay. Sollen wir nochmal einen Wettkampf machen, Freunde? Warum nicht, oder? Komm, lass uns nochmal einen Wettkampf machen. Vielleicht wären wir jetzt besser, dann können wir uns noch ein besseres Pad holen. Du bist bestimmt wieder letzter Platz, Uchi. Haha. Ey, was... Oh, ihr seid so fies, ganz ehrlich. Komm, diesmal gewinne ich beim Wettkampf hier. Schnell drücken. Und wie viele Punkte kriege ich für meine Arme? Alter. Also nicht, Uchi, du wirst das sowieso nicht schaffen. Du wirst nicht auf dem Siegerpodest sein. Doch, jetzt habe ich viel mehr Punkte bekommen als davor schon. Let's go. Ah, ich habe wieder verloren. Haha, Uchi, bist du schlecht. Ey, wir sind einfach viel besser. Was ist das für ein Noob, Junge? Oh ja, ganz genau. Ich habe es dir doch von Anfang an gesagt. Uchi, jetzt auf. Ich werde es Ihnen zeigen. Wir drehen jetzt hier im Glücksrad. Bitte kriege ich was Gutes. Komm schon, ich werde es Ihnen zeigen. Ich werde Ihnen beweisen, dass ich besser bin als die. Und ein Proteinriegel. Natürlich, Leute. Ich muss irgendwie cheaten. Ich muss cheaten. Uchi, was machst du da? Nix, nix. Ups, Freunde, weg hier. Und wir öffnen uns ein Ei für 199 Robox. Leute, alle liken, abonnieren dafür. Oh, ich habe ein krasses Pad bekommen. Was ist das für ein Pad, Leute? Oh, das gibt 2K Plus. Die anderen geben hier nur 2 Plus. Das ist komplett OP. Damit kriege ich komplett Plus. Warte mal, warte mal, warte mal. Das muss ich jetzt austesten. Wie viel Geld habe ich überhaupt? 80 Geld. Damit kann ich mir nicht einen neuen Trainer leisten. Kann mir hier vorne vielleicht noch... Warte, das Bett... Das Bett testet jetzt aus, Leute. Ganz, ganz leise. Wir setzen uns jetzt hier ran und trainieren uns den Rücken. Noch ein, Uchi. Noch ein. Oh, Alter, wie... Alter, wie schnell wären wir... Alter, wie stark wären wir? Schaut euch jetzt an, wie viel wir Plus bekommen. Wir haben jetzt schon 30.000. 30.000, was? Alter, was? Können wir 1.000 Pfund? Wir konnten schon 1.000 Pfund eben. Oh, ne. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft, leider. Aber jetzt muss ich meine Ausdauer wieder aufladen. Warte mal. Ich muss mal hier vorne ein bisschen Ausdauer trainieren. Kann ich hier vorne trainieren? Schaffe ich hier vorne 21 Meilen pro Stunde? 12 Meilen pro Stunde? Oh, das war zu schnell. Das war zu schnell. So, das, oder? Ne, auch zu schnell. Okay, 6 Meilen gehen. Uchi, was machst du da? Und warum hast du auf einmal so viel Stärke? Äh, warte mal, was? Wie habt ihr das denn jetzt mitbekommen? Komm schon, Uchi, weiter geht's. Ganz genau, schummelst du etwa? Äh, nein, ich schummel nicht. Habe ich geschummelt, Freunde? Schreibt in die Kommentare, dass ich das nicht geschummelt habe. Hä, was redet der? Ey, der schummelt doch, oder nicht, Lea? Ja, ich glaube auch. Nein, tue ich nicht. Na, du gibst schon zu. Nein, tue ich nicht, Mann. Ihr lügt doch. Ich würde niemals schummeln. Wie viel sind 9 Meilen pro Stunde? Neun Meilen pro Stunde sind ungefähr, sagen wir mal, 6 kmh. 6 kmh, Uchi, oh Mann, du kannst ja wirklich gar nichts. Oh Mann, tue ich jetzt gerade wirklich nur 6 kmh hier rennen? So aufgerundet 6 kmh, 5,5 kmh sind das einfach nur, Leute. Sei nicht so traurig. Es ist einfach für dich. Easy. Alter, mein Trainer ist der Einzige, der an mich glaubt. Glaubt ihr auch an mich, Leute? Wie gesagt, dann lasst alle ein Like und ein Abo. Schaffe ich jetzt auch 12 Meilen pro Stunde? Ja, let's go. Ey, ich muss 25 Meilen schaffen. Das ist doch ein Loop, wenn ich das nicht schaffe. Oh, nee, das war zu viel. So, 12 Meilen. Und Ausdauer ist halt wirklich richtig. Werde ich jetzt die ganze Zeit trainieren, Leute. Hä, was ist jetzt passiert? Ich bin gold gewonnen. Ich bin in den Rang aufgestiegen. Warum sehe ich jetzt auf einmal aus wie so ein... Keine Ahnung, was das ist. Hä? Uchi, hat sich verändert. Hoho, schaut mich an. Ich bin so krass gewonnen. Was war das? Ja, schaut doch mal. Alter. Okay, um 18 Meilen zu rennen. Schaut mal, hä, warum seht ihr irgendwie noch so aus wie Noobs? Ich bin schon goldend. Wie hast du das gemacht? Ich will auch gold werden. Das werdet ihr nicht schaffen. Ja, ich will auch gold werden. Warte mal, was hast du mit dir gemacht? Ey, wenn die wüssten, dass ich einfach so ein Haustier gecheatet habe mit ein bisschen Robux. Aber das werde ich niemandem verraten. So, dann würde ich sagen, das können wir jetzt ein bisschen Bank drücken. Warum nicht? Können wir jetzt hier auch... Können wir jetzt hier 100 Pfund drauf machen? Sind wir noch zu schwach, wie ernsthaft? 5 Pfund schaffen wir aber. Zack, 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 zack. Auto zu, Auto zu. Let's go, let's go. Guck mal. Oh, wie viel schaffe ich jetzt, Digga? Wie viel Kilo habe ich hier drauf? Junge, wie stark werde ich hier gerade? Wie stark werde ich hier? Browski. Alter, Browski hat 10... Hat 10, 100 Pfund Dings da drauf. Wie viel ist das, Leute? Alter, warte mal. Ich habe irgendwie 1000 Pfund gerade drauf, oder? 10 mal 100. Junge, ich drücke das, als ob das easy wäre. Was? Alter, habt ihr das gesehen? Das sind halt irgendwie so 500 Kilo. Ich kann einfach 500 Kilo stemmen. Was bin ich für eine Maschine geworden? Du bist der Beste, Ucret. Ich habe immer an dich geglaubt. Junge, weißt du was? Alfred, du bist der Beste. Wie ist eigentlich dein Name? Ich heiße dich Alfred. Wie heißt du dann? Ich heiße Mike. Yo, Mike, was geht ab? Dich kenne ich doch. Oh, ja. Ich dachte, du arbeitest bei der Polizei. Nein, ich bin jetzt Bodybuilder. Trainer, Coach sozusagen. Personal Trainer. Geil, Mann. Okay, wir können hier vorne noch so neue Sachen kaufen. Wir können hier sogar, wie man... Boah, Muxel. Der gibt einfach 100% Muskelwachstum. Für 700 Robux. Gary aus Spongebob. Jucka, was ist das? Und einfach die Batman. Und so ein Kuckuckuck ist, glaube ich, der krasseste von allen. Five Nights at Freddy's auch am Start. Aber ich habe einen guten Trainer. Der hat immer an mich geglaubt. Deswegen bleibst du jetzt mein Trainer, okay? Korrekt, Bro. Ich werde der beste Bodybuilder. Ich werde Mr. Olympia und hier alles rasieren. Ich muss mal meinen Bauch trainieren. Ich habe den noch gar nicht trainiert, Leute. Trainier ich den hier vorne, ja, oder? Zack, let's go. Und drauf da. Zack, 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 zack. Gewicht drauf, Gewicht drauf, Gewicht drauf. Und zack, 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 zack. Gewicht drauf, Gewicht drauf, Gewicht drauf. Du schaffst das, let's go. Oh, ja. Ich bin der Beste, Leute. Guck mal, ey, ich werde so viel stärker. Oh, Mann, Uckri. Jetzt bin ich genauso golden wie du. Das war ja voll einfach, hm. Das heißt, du bist gar nicht so cool. Okay, ich will mal schauen, wie viel ihr habt. Im Gegensatz zu mir, okay? Nee, die hat 1.000 als Anfänger. Und wo ist jetzt, äh, wo ist, äh, Lea? Lea, komm du mal her. Hä, wie? Ich habe nur 1.000. Wie viel hast du denn? Ja, schau doch mal hin, wie viel ich habe. Was? Du hast fast eine Million? Ja, 892.000. Und das ist alles wegen meinem Trainer. Das kann gar nicht sein. Wir haben die gleichen Trainer. Warum cheatest du, wie machst du das? Werde ich dir nicht verraten. Ey, Leute, das war so OP, unser Trick. Das würde einfach was geholt haben. Ey, warte mal. Wo ist denn jetzt Lea? Trainiert die da? Wo ist die da? Können die Beine trainieren? Trainiert auch nur die Beine, Lea. Wie viel hat Lea? Lea hat 1,8. Alter, ich habe einfach eine Million. Ich habe so viel mehr als die. Kann ich mit einem Millionen, Leute, das, das, das Ziel war ja hier vorne, den ersten Platz zu besiegen. Denkt ihr, ich schaffe das schon? Denkt ihr, ich habe das schon geschafft? Ich habe ja alles trainiert. Ich habe meine Brust trainiert. Ich habe meine Arme trainiert. Ich habe meine Beine trainiert. Ich habe eigentlich alles trainiert, Leute. Meine Rücken muss ich noch ein bisschen trainieren. Komm schon, Leute. Wir trainieren ein bisschen noch am Rücken. Ein bisschen hier mehr. Platzzug, zack, zack, zack. Noch ein, Uri, noch ein. Okay, das war easy, Freunde. Zack. Und jetzt würde ich sagen, ist es soweit, Leute. Werden wir jetzt beim Wettbewerb den ersten Platz schlagen? Dann haben wir gewonnen gegen unsere Mädels. Uri, wie? Du willst jetzt Wettbewerb machen? Oh, ja. Und jetzt werde ich den ersten Platz besiegen. Und dann gehe ich in die neue Welt und kämpfe in die neue Bilder. Ich werde Mr. Olympia jetzt. Okay, jetzt geht es um die Wurst, Leute. Und ja. Wie viele Punkte kriege ich? Wie viele Punkte kriege ich? Und 302 Punkte. Okay, der Typ hat mich komplett hops genommen. Der kriegt einfach 87.000 Punkte. Uri, bist doch immer schlecht. Aber jetzt habe ich ihn voll abrasiert. Guck mal, 600. Alter, was war das gerade, was ich null trainiert habe, und wofür ich richtig schlechte Punkte bekommen habe? Das waren meine Arme. Oh nein, hier habe ich vergessen zu trainieren. Egal, ich schaffe es trotzdem. Let's go. 800.000. Ich habe am meisten Punktzahl bisher. Freunde, let's go, let's go, let's go. Weiter geht es, weiter geht es, weiter geht es. Alter, meinen Bauch habe ich gut trainiert, oder? Ja, dafür. Alter, 1,4 Millionen Punkte. Ich gewinne hier komplett. Leute, alle liken, abonnieren. Ich bin Mr. Olympia. Alter, ich habe die krassen Muskeln. Ich habe krasser als der hier rechts. Ja, ich habe gewonnen. Aber, hoho, erster Platz. Hey, Willi, du hast den ersten Platz erreicht. Oh ja, wie viel Geld kriege ich? Und 31.000. Alter, let's go. Ich habe den ersten Platz. Ich kriege jetzt die Krone. No way. Okay, Freunde, ich sehe gerade, ich habe einfach meine Arme null trainiert. Es wird Zeit, dass ich meine Arme noch ein bisschen trainiere. Alter, jetzt habe ich richtige Arme. Und schaut mal, wie viele Kilo ich hier wiegen kann. Oh, hoh drauf tun kann. Digga, das ist verrückt. Okay, dann würde ich sagen, was haben wir auch nicht? Beine haben wir auch noch gar nicht trainiert. Alter, das sagt gerade richtig. Ich habe einfach Leck-Ding geskippt. Komm schon. Und, let's go. Beine trainieren. Oh Mann, Ucri, was hast du denn bitte für dünne Beine? Ja, voll genug bist du. Lea, die werden einfach in einer Sekunde schneller wachsen als deine. Ich sage es dir. Warte mal, wir tun es kurz aus. Bisschen hier, Energy Drink rein. Und, bam, let's go. Guck dir das an. Warte mal, Ucri. Jetzt habe ich es aber gehört. Du benutzt Energy Drink. Äh, nein. Aber schau mir jetzt meine Beine an. Die sind viel krasser als deine. Ich habe eine Million Stärke. Wie hast du das gemacht, Ucri? Was? Wie hast du bitte eine Million Stärke? Und, Leute, ich habe 31.000 Cash. Und ich habe einfach gerade beim Bodybuilding-Wettkampf gewonnen. Das heißt, ich habe als erstes gewonnen. Und damit habe ich es geschafft, in die nächste Welt zu kommen. Und, Freunde, falls ihr noch eine Folge sehen wollt, wie ich meine Mädels hier komplett zerstöre, dann gehe ich hier in die nächste Welt. Modernes Fitnessstudio. Das sind noch krassere Bodybuilder. Für 630.000, dann muss ich noch ein paar Mal gewinnen. Dann kriege ich die neue Welt da. Ucri, das ist so unfair. Das sieht einfach so lustig aus. Nelly, das sieht so komisch aus mit so vielen Muskeln. Hey, was soll das heißen? Ja, ist halt so. Ihr werdet niemals herausfinden, wie ich so stark geworden bin. Let's go. Oh, Mann, Ucri, du hast gecheatet. Das ist sowas von unfair. Wir waren viel besser. Alle Hashtag Mädchen in die Kommentare. Hashtag Jungs in die Kommentare. Ich habe einfach fair gewonnen, Junge. Ganz ehrlich, Alter. Okay, ich würde sagen, wir verraten auf jeden Fall den Freunden hier nicht, was ich hier gemacht habe. Aber, Leute, drückt jetzt auf die nächste Folge. Checkt unseren Merchandise ab. Unbedingt nicht vergesst, oben in dem Videobeschreibung findet ihr Merchandise. Ihr könnt einen Adventskalender bestellen mit leckerer Schokolade, mit einem Poster dazu, mit einer Autogrammkarte dazu. Mega, mega cool. Und, Leute, ihr könnt natürlich einen Pulli für Weihnachten und so weiter bestellen. Auch richtig coole Sachen sind dabei. Und jetzt würde ich sagen, liken, abonnieren. Bei 1000 Likes gibt es die nächste Folge. Junge, da werden wir richtig gewinnen. Ich bin jetzt auch goldend. Ihr habt viel weniger Stärke, ihr habt keine Schotze. Wettbewerb ziehe ich euch ab. Schaut euch auf die nächste Folge. Ciao, ciao. Ich seh die Besten. Komm her, okay, zerstören wir dich zu zweit. Ey, was soll das? Ey, dein Komponenten. Oh ja, genau, es ist viel stärker als du.